Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. In der letzten Folge sind wir hier nach Kingsborough, Iceland, getuckert mit dem Boot bei Samuel. Der ist dann auch gehauen, weil er auch infiziert ist oder so ähnlich und wir müssen jetzt hier Emily retten. Das habe ich schon ein paar Mal versucht, aber ich bin gescheitert. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich da hinten lang will oder ob ich da, aber dann ist das nicht. Okay, wir können erst mal gucken, was da unten noch ist. Ob wir hier unten irgendwo lang können? Schauen wir mal. Mal erst mal hier Nachtsicht an. Da oben ist einer. Loll. Hier gibt's. Loll. Loll. Nice, Alter. Loll. Okay. Erst mal fünf. Speichern. Okay. Ne, ich möchte gar nicht. Haben wir eigentlich noch Bolzen? Alter. Okay. Noch mal die Frage. Haben wir noch Bolzen? Ja. Und nein. Ähm. Wie kommt man zum Inventar? Ja, okay. Ich habe eine Rune. Okay. Na gut. Das bringt nicht viel. Wir müssen uns wohl so. Okay. Na gut. Das bringt nicht viel. Wir müssen uns wohl so. Okay. Ich würde mich jetzt verarschen, drehe ich mal um. Oh lol Scheiße Hm Ich weiß noch nicht so richtig wie ich das machen soll. Der Turm zeigt auch genau auf mich. Naja, machen wir halt mal so. Nein, nein. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Fick dich. Ich weiß, dass du hier bist. Der da unten kann mich sehen. Überall nachsehen. Na gut, war dann wohl doch nichts. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Oh shit. Oh shit. Wo bist du? Da bist du ja. Ich trau mir Männer. Hast du schon aufgegeben? Ja, eigentlich schon. Eine Woche Whisky, für wen die ihn tötet. Zieht auf die Beine. Aus der Schutzlinie. Meine Hände langweilen sich schon. Zeig dich. Mixer. Ich finde dich schon noch. Ich bin doch gar nicht hier. Verdammt, ein Toter. Oh. Ich weiß, dass du hier bist. Verdammt. Such überall. Toter. Ein Toter, Mama. Ein Toter. Hier. Oh. Das ist wieder der Lutscher. Na komm. Wie hinter ihn? Lick mich. Ich... 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 Wir finden ihn. Ja. Appentäter habe ich dir. Wir wissen, dass du hier bist. Wir verbrennen deine Leiche noch heute Nacht. Voll geil. Nimm das. Nur so hin. Pass auf. Oh shit. Das tat weh. Stürb, du spinn. Halt. Ah, er ist runtergekommen. Jetzt habe ich aber kein Ding mehr. Der macht ja gar nichts. Doch jetzt. Habe ich noch irgendwas? Oh, ich habe keinen... Keinen Mana mehr. Warum nicht? Er ist nicht so gut. Ich weiß, dass du hier bei mir bist, Abschauer. Hohle dich. Jetzt habe ich dich. Komm dir da hin. Halt. Wer kommt... Treffen sollte mal schauern. Oh. Kommt mir hier irgendwie anders hoch. Naja. Ich glaube, dass du schon bist. Ich glaube, dass du schon bist. Nee. Wo ist er? Oh shit. Attentäter. Na los, go to show. Hm. Wir wissen, dass du hier bist. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Wie konnten wir ihn verlieren? Es ist halt ein Noobs. In Zukunft konntet ihr mich verlieren. Junge. Such überall. Na, ihr habt ihn entkommen. Wir finden ihn. Glaube ich ja nicht. Nein. Halt mal die Fresse jetzt. Ich muss jetzt warten, bis die sich wieder ruhig haben, ey. What? Seid wachsam. Er könnte zurückkommen. Hat... Haben die gerade einen... Seid selber schluss. So ein... Leck. Kommen. Aufpassen. Ein Herumtreiber. Okay, jetzt habe ich ja mal so machen. So ein... So ein... So ein... Ja, okay. Alles klar. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Betrachtung an. Der kommt. Das wäre alles nicht so schlimm, hätte der verdammte Idiot Corvon... Ich will verarschen. Ich habe die Kaiser auch nicht getötet, okay? Ich werde ihr noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Wow! Komm schon. Ach, alter. Noch einen Schuss, würde ich mich verarschen. So ein... Verdammte Ratte. Hier, hier! Hier, hier! Hier, hier, hier! Hier, hier, hier! Hier, hier, hier! Verdammt! 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 Ich brauche mir Männer! Ja, zähnte ihn! Ich weiß, dass du hier bist! Du wirst bluten, Schwach! Alter, wieso lecken das so? Ich weiß es nicht. Wir wissen, dass du hier bist! Wir werden ihn fassig machen! Wir finden ihn! Überall nachsehen! Stopp! Schmutziges Fellknäubel! Ruf, wenn ihr ihn seht! Wir wissen, dass du hier bist! No, nice! Hier, hier, hier! Irgendwer! Eine Woche bis die Vergehen, den Töten! Das war für dich! Ja! 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 WTF! Ich bin da! Nirgends! Ich bin da Hause! Zu Hause! Dachose, Junge! Ich bin da! Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist! Abschau! Ich finde dich schon noch! Okay! Ich weiß, dass du hier bist! Oh! Nee! Ich will jetzt warten, bis es weg ist! Dann komm ich! Du bist! Ich bin da! Schau! Die ggst! Du hast du hier! Ja! Ich bin da! Du hast hier nicht! Du hast hier! Alter, ich höre es, der Turm. Bleibt er echt da hinten in der Ecke hier stehen? Der kleine Lutscher. Alter, dreht er sich langsam, der Turm. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn noch mal in die Finger bekomme. Dann wirst du getötet. Er dreht dich weiter, Turm? Ja? Noch ein Stück? Ja? Ja? Warum kontrolliert hier denn keiner? Ich werde ihr noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Oh, Scheiße. Oh. Oh, lol. Alles gut. Alter, scheiße. Ich kann keinen übernehmen. Das ist die Scheiße. Lol. Was? Was? Noch jemand? Kann ich mich eigentlich mobben oder so? Wie viel sind von denen da? Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich hier durchkommen soll. Ich glaube mal gar nicht. Oder? Was? Was? Ich weiß jetzt noch nicht, aber... Heißt du, was ich hier doch kommen, wenn ich noch mal fragen darf? Ich glaube hier nämlich gar nicht, speichere mal Na eben, hier gar nicht Hier gar nicht